Dear Creek International Business Solutions, was kann ich für Sie tun? Ich bin bereit. Das ist großartig, Ladybug. Ladybug? Dein neuer Deckname. Oh, verstehe, was du machst. Ladybug wie Marienkäfer soll Glück bringen, haha. Du hast kein Pech. Wirklich? Mein Pech ist biblisch. Es sterben sogar Leute, die ich nicht mal töten will. Weißt du noch der lebensmüde Page? Du hast ihn ins Krankenhaus gefahren. Halt durch, Spaßfreund! Er ist nicht gestorben. Okay, die Hochzeit. Pequila. Johannesburg. Nur Zeit für ne Veränderung. Du hast gesagt, wenn du zurückkommst, willst du nen einfachen Job. Einfacher geht's nicht. Wir müssen die Person finden, die den Koffer genommen hat. Das ist zu einfach. Shit. Was? Kennst du noch die zwei Psychos vom Bolivienjob? Die Zwillinge. Nicht sicher, ob's die Zwillinge sind. Steig aus dem Zug. Du hast doch nicht eingestochen. Ich werde nie aufhören, dich zu jagen. Hab meine Station verpasst. Hier geht noch was anderes ab. Hi. Du erinnerst dich nicht mehr an mich? Du siehst aus wie alle weißen Penner, die ich hier gesehen hab. Du erinnerst dich wirklich nicht mehr? Mich am Arsch, Lady. Tut mir leid, tut mir leid. Ich arbeite an mir. Ich steig am nächsten halt aus. Klingt so einfach, wenn du das sagst. Ein kleiner Piks. Weißt du, was denn passiert? Ja. Dein Blut gerinnt und deine Adern perzen. Ich sag ja. Scheißkacke. Du wirst die ganze Geschichte hören wollen. Was erwartet uns in Kyoto? Der weiße Tod mit seiner Armee von Killern. Dieser seelenlose psychotische Anführer mit der größten kriminellen Organisation auf dem Planeten sitzt direkt zwischen uns. Ich glaub nicht, dass der weiße Tod irgendjemand raussteigen lässt. Wir müssen uns einen Plan überlegen. Ich werde Menschen verletzen. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Vielleicht ein kleines Schädeltrauma? Vielleicht. Festhalten! Ich muss raus aus diesem Zug. Tut mir leid, Kumpel. Gib her! Au! Au! Au!